Ich habe alles an Geld aufgelöst, Lebensversicherung. Also mir fällt nichts ein, was sie gesagt haben, was ich nicht gemacht habe. Es war klar, ich muss mich nackt machen und es war klar, er muss in meine Vagina rein, mit seiner Hand. Da war dann auch so diese Situation, wo er zu mir gesagt hat, Teresa, das darfst du niemals jemandem erzählen. Ich hätte in diesem Zustand alles gemacht, was auch wiederum so ist, in welchem Zustand war ich denn da? Ja, herzlich willkommen auf dem Lifeline-Kanal. Ich bin Michael und das ist Teresa. Und Teresa wird uns heute aus ihrem Leben erzählen, wie sie in esoterische Kreise gerutscht ist und das sehr, sehr gefährlich werden kann. Kurze Erinnerung, dass dieser Kanal durch Spenden finanziert wird. Das heißt, wir arbeiten alle ehrenamtlich und wollen lediglich die Kosten decken, die dadurch entstehen. Das heißt, wenn du uns unterstützen möchtest, dann unterstütze uns doch super gerne mit einer monatlichen Spende. Oder schau mal in unserem Shop vorbei. Der Erwerb von jedem einzelnen Produkt trägt dazu bei, dass wir den Kanal hier weiterführen können. Nimm uns doch ganz kurz mit rein. Wie bist du groß geworden? Aus dem Elternhaus kommst du? Wie war deine Kindheit? Ja, wie kann man sich das vorstellen? Wir haben eine fünfköpfige Familie, älteren Bruder, jüngere Schwester, super gutes Verhältnis, Haus mit Garten. Ich habe mit meinem Bruder Fußball gespielt, gekickert. Wurde immer geliebt von allen Seiten. Also es gab irgendwie für mich nur die heile Welt, um ehrlich zu sein. Wir waren immer die perfekte Familie. Ich hatte nie das Bewusstsein darüber, dass es so perfekt ist. Es war so, wie es war. Und ich kannte nichts anderes, kannte kein Leid, kannte gar nichts Schlimmes eigentlich. Es war wirklich einfach nur schön. Es war einfach mega, mega schön. Und ich hatte dann 2012 angefangen, in München Psychologie zu studieren, einen Bachelor der Psychologie dort zu machen. Wir haben gearbeitet, gefeiert, Partys gemacht, Highlife in München. War nice. Mit lauter Freunden, alle waren in München. Wir waren alle in einem geilen Viertel, haben alle gearbeitet, hatten alle Geld, konnten auf Reisen gehen. Ich habe mich in Afrika engagiert. Es war wirklich Dreamlife. Eine Beziehung mit einem Mann, der aussah wie einfach wunderschön. Und wir waren so happy, klappi, happy, klappi, klappi. Dann gab es einen Wendepunkt in deinem Leben. Du warst dann mit deinem Freund zusammen und hast deine Eltern kennengelernt. Ja, oh man. Ich rede echt nicht so gern über seine Eltern, weil ich habe sie damals natürlich gewertschätzt und respektiert und so. Und der Papa meines Exfreundes, wie ich den kennengelernt habe, ich wusste gar nicht genau eben, was er tut. Aber irgendwann war mein Exfreund nicht krank und ich erinnere mich an so eine Szene. Da waren wir im Wohnzimmer unten und ich musste mich dann auch hinlegen, weil mein Exfreund nicht, wir waren beide krank. Und dann hat er uns behandelt und ich lag so da und er hat irgendwas über meinen Körper so gemacht und irgendwas gesprochen. Und dann hat er so eine Wasserflasche dastehen und seine Hände so und macht da irgendwas und testet die ganze Zeit irgendwas aus. Also so und so. Und das war schon so für mich wirklich so Situation, wo ich wusste noch am Anfang so, lass jetzt deine Augen zu Theresa. Das ist so merkwürdig, aber es ist ja der Papa deines Freundes. Also nimm ihn ernst, war so eine innere Stimme. Und deswegen habe ich mich einfach auch, weil mein Exfreund das halt mit sich machen hat lassen, das halt auch mit mir machen lassen, war halt einfach neugierig. Und habe halt so oft dann Heilung erlebt. Also es hat einfach, also man kann ja oft sagen, ja, es war Zufall. Aber wenn mehrere Dinge mit, ich glaube, man sagt so kausal wirkt, also du machst was und sofort danach ist es besser. Ich weiß noch, einmal kam ich vom Arbeiten nach Hause aus der Bar, war voll am Ende und wollte aber am nächsten Tag oder musste wieder arbeiten und studieren. Und lag da irgendwie mit so einem Krippeanflug im Bett von meinem Exfreund. Und dann war so, ach hey, ruf mir doch meinen Papa an, der schwingt dir ein Wasser ein. Alright, ruf mir ihn an. Ja, der Theresa geht so und so. Okay, füllt eine Wasserflasche auf, schickt mir ein Bild, schickt mir ein Bild über WhatsApp. Okay, zehn Minuten später, Theresa, jetzt trinkst du das Wasser. Wir mussten es immer noch so potenzieren. Also potenzieren heißt jetzt, wenn man die Flasche hatte, also sie musste eigentlich immer durchsichtig sein. Aber dann war es okay, eingeschwungen, mussten auch so Markierungen machen, zum Teil sehr weirde Symbole draufzeichnen. Und dann immer so, also immer dieser Wasserstrudel komplett, also zehnmal, man kann es auch so machen, wenn es jetzt durchsichtig wäre, würdest du sehen, wie sich das alles verwirbelt. Dass alles, dass alle Wassermoleküle damit in Berührung sind und sich verändert haben. Also ich habe das getrunken, danach, eine Stunde später ging es mir gut. Und das war eben kein einmaliger Case, sondern das ist sehr oft passiert, sehr oft auch über Distanzen. Also wir waren beispielsweise einmal in Südostasien am Reisen für fast drei Monate. Und ich hatte Durchfall. War sehr unangenehm, da mit in irgendwelchen Bussen unterwegs zu sein und so. War echt kacke. Ja, war kacke. Und der Vater hat ewig lange Texte mal geschrieben, woran das liegt, hatte auch mit meiner damaligen besten Freundin zu tun, weil ich eifersüchtig war und Schiss hatte. Muss man nicht darauf einsteigen. Er hatte einfach die Information, was er tun muss. Er hat dann einen Joghurt über die Ferne, den ich, ich habe mir mit meinem Ex einen Naturjoghurt gekauft. In irgendeinem vietnamesischen, keine Ahnung was das war, Supermarkt. Er hat mich beauftragt. Er hat mich beauftragt, genau. Kaufe einen Joghurt und irgendwie drei Ein-Liter-Wasserflaschen. Das hat mein Ex gemacht. Dann hatten wir diesen Joghurt, haben ihm Bilder geschickt von dem Joghurt und den Wasserflaschen. Er verbindet sich zu Hause. Keine Ahnung, was er gemacht hat in seinen Händen. Wusste genau, was er tun muss. Ich weiß es wirklich nicht. Er wusste, was er tun muss, dass ich dann diesen Joghurt, es klingt voll crazy, aber ich habe dann einfach diesen Joghurt gegessen, brav aufgelöffelt. Diesen Tee, den ich noch besorgen sollte, es war nicht so leicht, diesen fermentierten Tee, den Haar genauso kriegen, wie ich ihn, ich weiß noch, genau wie der geschmeckt hat. Alle anderen durften Bier und so trinken und ich musste diesen Tee trinken. Der viel zu lange gezogen hat, war sehr bitter, aber ich habe ihn getrunken und am nächsten Tag war der Durchfall weg. Und das war der erste. Wie lange hattest du? Den hatte ich drei Wochen lang. Und das Antibiotika, das ich vorabgenommen hatte, hat eben nicht geholfen, zumindest nicht diesen Durchfall gestillt oder aufgehört. Also hat den weiter in diesem Durchfall. Und das war schon so ein Moment, da lag ich mit meiner besten Freundin damals auf so einer Plattform und plötzlich wusste ich, ich muss aufs Klo, ich konnte normal aufs Klo. Das war geil, das war so krass. Diese ganze Welt, die sich durch den Vater meines Ex-Freundes da eröffnet hat, ich habe dann auch angefangen, extrem viele Bücher zu lesen, extrem viel zu forschen, extrem viele Kurse zu belegen, war für mich dann eher immer so, in meinem Studium habe ich mich immer überlegen gefühlt. Also so dieses, wir waren dabei, ich weiß nicht, ich habe als Schwerpunkt, wir hatten zwei Schwerpunkte. Ein Schwerpunkt war bei mir Wirtschaftspsychologie, der andere klinische Psychologie. Und da saßen wir in München in der Psychiatrie und haben halt zu jedem Krankheitsbild auch Patienten vorgeführt bekommen. Sehr weird by the way, aber okay, war so. Ist vielleicht immer noch so, sehr fragwürdig. Und für mich war das so immer, die Heilchancen waren zum Teil bei einem Prozent und es war für mich immer so, Leute, ja, weil ihr begrenzt seid. Also für mich war das ganze Studium begrenzt, 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 weil ich ja diese andere Welt kannte und wusste, hey, die spart ihr komplett aus. Und diese Welt hast du während des Studiums kennengelernt? Genau, eigentlich schon, genau. Und dann hat sich das für dich eher ergänzt? Nicht ergänzt, also nee, für mich war es wirklich so, und das ist auch was, was in diesen Szenen, in dieser Szene sehr laut proklamiert wird, so ausgesprochen wird, dass alles, was Psychotherapie und Medizin ist, schlecht ist. Aber hattest du dann das Gefühl, du musstest jetzt immer steigern, steigern, steigern? Du wolltest dann selber auch so jemand werden? Oder wie ging es dann weiter? Das ist eine gute Frage. Ja, ich wusste, also das hatte auch der Papa meines Ex-Freundes ziemlich früh mir wissen lassen, dass ich einen Auftrag habe, dass es kein Zufall ist, dass wir uns begegnet sind. Und er hatte ziemlich früh durchblicken lassen, dass er möchte, dass ich seine Nachfolgerin werde. Das war natürlich was, was mich geehrt hat, weil dieser Mann war sehr erfolgreich, eben einer der erfolgreichsten in dieser Szene. Und alle haben ihn irgendwie sehr hoch, er war einfach mach, er war mächtig. Und dann hat er dir andere Leute vorgestellt, die auch damit zu tun hatten? Also wir hatten eine Sitzung geschenkt bekommen, das heißt, man geht zu einem Kanal, auch Medium genannt, also Medium Zeitung, Instagram, Medium Person, die mit der unsichtbaren Welt in Kontakt tritt und Informationen für dich channelt, kanalisiert, ausspricht. Du sagst, euch wurde es geschenkt, andere Leute bezahlen dafür. In dem Fall, genau, also solche Sachen sind teuer, die kosten so, was ich weiß, 80 Euro für eine Stunde ist extrem günstig bis zu, keine Ahnung, gibt es bis eben richtig krasse Preise, so was wir immer so hatten, waren zwischen 80 und 240 Euro für entweder eine Stunde oder eine Sitzung. Und es ist dann fast schon ein bisschen wie eine Art Wahrsagerei, das heißt, du gehst dorthin mit der Hoffnung, dass eine unsichtbare Welt dir Dinge erzählt über eine andere Person, die du ohne die Person nicht wissen könntest. Sie war darauf spezialisiert, mit dem eigenen Engel in Kontakt zu treten. Also man glaubt an die Existenz eines persönlichen Engels. Dieser Engel hat einen Namen, dieser Engel hat Wissen über dich in diesem Leben. Und man glaubt aber auch, dass man schon in ganz vielen vorherigen Leben gelebt hat. Und dieser Engel weiß das alles. Also ich bin dahin, war so, ja, hey, bin die Teresa, wusste sie ja schon. Ich war angekündigt, diese Sitzung war vereinbart mit dem Vater meines Ex-Freundes. Und diese erste Sitzung war einfach nur mal, um in Kontakt zu treten mit dieser Welt. Ich hatte Angst davor, war aufgeregt, aber ich habe mich sehr wohl gefühlt. Und wirklich, es war eine sehr angenehme Frau, ich mochte sie gerne. War es tagsüber nach? Ah, tagsüber, tagsüber, keine Ahnung, 11 Uhr oder so. Ja, ja, voll, voll das schöne Haus. Nee, oben hatte sie so einen extra Raum, alles schön energetisch vorbereitet. Man saß ihr gegenüber, sie in weiß gekleidet. Es gab irgendwie ein Fell für die Füße, auch für mich, dass es richtig angenehm ist. Noch ein Wasser, einen guten Duft und kurzes Vorgespräch. Und dann hat sie irgendeine Musik angemacht, diese Ton-Ding eingeschaltet. Und dann hat man schon gemerkt, sie fängt an zu reden und die Stimme hat sich verändert. Und das war creepy. Es gibt auch Videoaufzeichnungen von Leuten, die, es gibt auf YouTube lauter Channelings. Lieber nicht anschauen. Ihr müsst aufwachen in ein neues Bewusstsein. Und dieser Virus ermöglicht es euch. Mit dem Universum der Quelle uns Engeln. Ich habe nur den Namen gesagt bekommen und wusste Dinge, die auch der Engel über mich denkt. Und wie er über mich fühlt und wie er aussieht und wo er ist. Und wie ich mit ihm sprechen kann, wie ich ihn ansprechen darf. Das habe ich da alles erfahren. Und ab diesem Zeitpunkt konnte ich mit diesem Engel endlich sprechen. Aber was sind das für Namen? Heißen die dann Michael? Ganz unterschiedlich. Meiner hieß halt Fabienne. Fand ich voll schön, voll süß den Namen. War so, ja, hey, Fabienne, passt schon irgendwie so. Rede ich halt mal mit einer Fabienne, crazy. Ich habe so viel mit der gesprochen. Und letztlich hat diese Sitzung dazu geführt, dass wir uns entschieden haben, unser Leben, so wie es bis dahin bestanden hat, aufzugeben. Das bedeutet? Das bedeutet, dass wir im Sommer 2016 die Entscheidung gefällt haben, unser altes Leben komplett zurückzulassen, nicht weiter zu studieren, nicht mehr zu arbeiten, unsere Freunde komplett zurückzulassen, unsere Familie nicht mehr zu sehen und aufs Land zu ziehen. Mit welchem Ziel? Ich weiß nicht, ob Ziel das richtige Wort ist. Der Auftrag war, dass wir dort einen Ort aufbauen sollten, der die Menschheit in Zeiten, die uns bevorstanden, dass wir da vielen Menschen helfen sollten. Und deswegen haben wir uns entschieden, okay, wir machen das. Deine Familie, deine Freunde, wie war das für die? Haben die gemerkt, dass du dich verändert hast? Ich denke, es war schlimm. Also es war wirklich schlimm, weil sie mich da verloren haben. Sie wussten, dass sie mich verlieren, glaube ich. Und sie konnten es nicht richtig ordnen, weil viele hatten zwar zu dem Vater meines Ex-Freundes, vor allem mein Vater, ein sehr, 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 sehr schlimmes Gefühl. Ein absolutes Gefühl von, Teresa, da solltest du niemals sein. Auch meine beste Freundin wusste das einfach nicht. Ich meine, sie durfte dann auch als Konsequenz, durfte sie nicht zu diesem Ort hin. Und das war natürlich schlimm für uns. Wir waren davor so close, ständig beieinander, ständig zusammen. Wir wurden so geschult, dass egal, was jemand anders sagt, es nicht stimmt. Wie ging es weiter und wer hat es mitgekommen? Mitgekommen bin letztlich ich, mein Ex-Freund und ein bisschen verzögert auch noch unser bester gemeinsamer Freund eigentlich. Aber der Vater auch? Der Vater war schon dort, der Vater meines Ex-Freundes. Der war schon dort, der hat irgendwann die Entscheidung gefällt, dass er auch sein Leben zurücklässt, so wie er es bis dahin gelebt hat, dass er sich von seiner, genau, seine Geschichte, aber er hat sich von seiner Frau getrennt, von der Mama meines Ex-Freundes. Hat eine neue Frau angenommen, die ihm auch aus der geistigen Welt wie so zuteil geworden ist, also zugeteilt worden ist und hat entschieden, er setzt seine gesamtes, sowohl Erbe als auch, er hatte, ich glaube, Minimum zwei, wenn nicht sogar drei Firmen, die er aufgegeben hat, setzt sein ganzes Vermögen in diesen Auftrag, den er auch erhalten hat und hat sich davon, also von einem Teil von dem Ganzen, ein Kunststück gekauft mit einem Haus, um dort einen Heilplatz zu errichten. Du bist von dem Ort angekommen, wie sah es dort aus? Also es ist ein Grundstück, was ein Hektar groß ist, also 10.000 Quadratmeter, kann sich jetzt ja jeder vielleicht so vorstellen, wie groß ungefähr, langgezogen, oben steht ein Haus, ein älteres. Dieses Grundstück sah von außen jetzt normal aus, aber es war nicht normal. Die andere Welt hat ja normal getickt, aber wir hatten kaum Berührungspunkte mehr, weil wir sind morgens vor Sonnenaufgang angekommen, weil wir Rituale gemacht haben zum Start in den Tag, zu einem Zeitpunkt, wann die Sonne haargenau an diesem Ort auftritt, um uns mit dieser Energie des Morgens zu verbinden. Also es war so ein ayurvedisches Feuerritual. Mit Kudung musste man einschmieren in Ghi und dann saß er wieder rum und es war auch so abstrus, weil gerade mein Ex-Pan hatte nur Bock darauf, der konnte damit wenig anfangen, aber er musste halt. Ich war so voll, okay, let's go, let's do it und halt voll dabei, mit allen Engeln schon gesprochen und da alles heilig und schön, dass ja der Tag super wird. Und wir sind dort immer bis spät, spät, spät abends geblieben. Wir hatten auch lauter so Naturvölker in diesem Grundstück. Es gab einen Quellengeist, wir haben Altäre aufgebaut, um den Hausgeist zu beruhigen und so. Da ging es immer um Schwingung. Wir wollten, dass alles so hoch wie möglich schwingt, wie wir Dinge anbauen, wie wir sie verarbeiten, wie wir sie zubereiten, möglichst immer in der Schwingung der Liebe. Das klingt auch wieder so strange, aber so war es. Genau, dass wir selber auch möglichst hochschwingen, dieser Ort hochschwingt, dass viel an Veränderung, an Heilung, an Transformation dort geschehen kann. Und ihr müsst euch vorstellen, man geht in ein Supermarkt und hält überall seine Hand hinter, um die Bovis-Einheiten, das ist eine Schwingungseinheit, zu erspüren, was höher schwingt. Alles super kompliziert, gell? So sollt ihr zusammen einkaufen. Richtig. Also ihr habt quasi diese Spiritualität in allem gesehen, was ihr gesagt habt. In allem, auch wie du aufs Klo gehst, in allem, wie du dir die Hände wäscht, wie du Zähne putzt, was du denkst, jeden Moment, ständig. Egal, wo welches Staubkorn liegt, das hat einen Sinn. Wir wurden auch immer wieder behandelt, haben nackt stattgefunden. Was heißt behandelt? Behandelt im Sinne von, wir wurden verändert, also wir wurden umprogrammiert. Es gibt so Behandlungen, man nennt das wie so Entstörungen, die den Körper verändern, die sogar auf, also die wirklich bis in DNA-Strukturen, also in der DNA, die DNA umprogrammieren. Und das klingt richtig crazy. Und das hat dieser Vater mit uns gemacht, um uns auch mehr empfänglich zu machen für die geistige Welt. Ich wollte ja mit Engeln noch tiefer, ich wollte sie sehen. Und eines Tages kommt dieser Vater, kommt her und sagt, wir verändern jetzt eure DNA. Zieh dich aus und leg dich hin. Ja, wenn du es so sehen willst, ja. Schon als, wie so ein Angebot, aber es war nicht abschlagbar. Es war natürlich auch ein Reiz dahinter. Ich wollte dort ja hinkommen und dann war so, boah, krass, der macht das jetzt mit mir. Du hast erklärt, was er machen möchte. Was er machen kann, genau so. Aber dann musst du das und das jetzt auch dafür tun. Genau, das war jetzt aber nicht so, das ist auch diese Sache. Ich meine, auch viele Massagesitzungen oder so finden nackt statt. Also da waren noch keine, für mich keine missbräuchlichen Settings so. Im Nachhinein schon noch irgendwie weird und so. Okay, ich war die Tochter von seinem Freund, äh, die Freundin von seinem Sohn. Also er fand mich schon noch, ich weiß, dass er mich attraktiv fand. Er hat auch immer wieder mal so blöd an den Arsch gelangt. Das war auch nicht okay, weil meine Therapeuten hat mir nochmals gesagt, Frau Günzel, ein Missbrauch ist schon dann, wenn ein Mann einfach einer Frau an den Hintern langt, ohne dass das Verhältnis dementsprechend ist. Und das sind Dinge, die habe ich zum Beispiel immer wieder erlebt als Frau. Genau, ich habe es halt immer akzeptiert, weil ich dachte, ja, was ist das denn, nur mein Hintern so, was macht das schon? Aber, dass es doch irgendwie was macht, dass es nicht okay ist, das weiß ich erst seitdem das die Therapeutin gesagt hat, so, ah ja. Genau. Aber hattest du dann das Gefühl, jetzt auch rückblickend, sie hätten dir fast alles sagen können, du hättest es mitgemacht? Yes, 100%. Gab es Dinge, die du mitgemacht hast? Ich habe alles gemacht, allein sowas wie das erste Weihnachten dort hieß es, wir waren auf so einem Weg, auch von so einer Einweihungslehre unterwegs und dachten, wir werden jetzt dann alle bald erleuchtet sein und in die fünfte Dimension aufsteigen. Und dann wurde uns versprochen, wenn wir Weihnachten zusammen verbringen, Weihnachten ist ja eigentlich Familienfest, die Familie, meine Familie hatte feste Rituale für Weihnachten so. Und dann wurde gesagt, hey, wenn ihr Weihnachten alle zusammen verbringt, dann seid ihr erleuchtet. Und dann, uns wurden immer Geschenke versprochen, wenn wir das machen, dann kommen richtig viele Geschenke. Und dann war so für mich, okay, hey, wenn das jetzt echt das entscheidende Weihnachten ist, dann gehe ich diesen Weg, dass ich allen absage und ja nicht nur meiner Kernfamilie, sondern auch allen Verwandtschaftsstrukturen drumherum. Und das waren halt Telefonate mit meinem Opa und so, die waren schlimm, weil das war so, ja, Mädel, wieso denn, gell? Hey, es ist Weihnachten, es ist ein Familienfest. Ja, und es war immer so ein Herumdruckserei. Ich erinnere mich an viele Gespräche, die ich dann doch auch im Außen natürlich hatte. Meine Freundin aus der Psychologie, die wollte natürlich wissen, Theresa, was machst du jetzt? Wir machen alle unseren Master. Und du? So, ich konnte es nicht erklären. Ich konnte es nicht erklären, weil es war einfach nicht erklärbar. Und es war nur Fragezeichen im Außen. Und ich war aber innerlich davon überzeugt, dass es richtig ist. Und ich weiß nicht, wie weit ich gegangen wäre, aber alles. Also auch die Trennung von meinem Ex, alles. Es war wirklich alles. Ich habe alles an Geld aufgelöst, Lebensversicherung. Ich habe alles. Also mir fällt nichts ein, was sie gesagt haben, was ich nicht gemacht habe. Ich habe letztlich die Steuerunterlagen für diesen Mann von den letzten Jahren wochenlang durchgeackert. Ich habe die Speisekammer sortiert. Ich habe geputzt ohne Ende. Ich habe die Bauarbeiter betreut. Ich habe auch irgendwelche, wir haben zum Teil so Heildinger auch irgendwie entworfen. Aber das wenig passiert eigentlich. Rückblickend war ich einfach eine extrem günstige, hilfsbereite Arbeitskraft, die halt wirklich den Haushalt gemacht hat. Und es ist schon viel, ein Haushalt für fünf, sechs Leute. Und vor allem mit diesem Standard, wie dieser Herr es wollte, zu betreiben. Und ich habe sogar eins auf den Deckel bekommen, wenn ich dann mal doch nicht so viel Lust hatte, das Klo zu putzen. Oder nicht richtig perfekt den Haushalt gemacht habe. Und man konnte es leider niemals perfekt machen. Also habe ich damals entschieden, ich muss diesen Ort verlassen. Das, was uns auch versprochen wurde von Seiten der geistigen Welt, ist nicht eingetroffen. Null eingetroffen. Und ich habe selber in diesem Jahr gemerkt, dass ich zweimal kurz davor stand, einen Burnout zu haben. Und das hat mich erschrocken, weil ich war bis dann nur leistungsfähig aktiv und gut drauf. Und plötzlich habe ich gemerkt, boah, ich kann jetzt nicht mehr. Und das war so, boah, krass. Es gab noch eine Situation, da wollte ich mir tatsächlich bei ihm das Leben nehmen. Da war ich Silvester bei ihm, weil wir gemeinsam ins neue Jahr starten wollten. Und ganz viele, 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 viele Rituale praktizieren wollten. Es hat Spaß gemacht, so Rituale zu praktizieren. Man hat immer was erfahren, immer irgendwelche Prognosen bekommen, immer irgendwelche Eindrücke. Und dachte immer, man kann die Zukunft beeinflussen durch diese Rituale. Ich war wirklich immer hardcore. Also ich wollte für alle mal das Beste. Und dann hatten wir ein Ritual, in dem ich mich mit seiner Tante, glaube ich, verbunden habe. Energetisch. Und einfach um Offenbarung gebeten habe. Die nicht mehr gelebt hat. Die nicht mehr gelebt hat. Und wir haben damals an einem Öl geschnüffelt. Wirklich nur ein Öl, was aber hochpotenziert war. Und das hat mich zumindest in ganz krasse Sphären gebracht. Dass ich wirklich eins mit dieser Tante war. Mit dem Ergebnis, dass ich im Keller gelandet bin und mich umbringen wollte. Und ich weiß nicht, ich hatte da Gläser dabei. Oder ich habe ein Glas auf den Boden gespüßt und hatte dann halt einfach, also ich hatte so eine Glasscherbe in der Hand und habe mir die in meinen Bauch gerammt. Und ich wollte wirklich sterben. Und du hast dich auch richtig verletzt. Das ist ein Wunder, würde ich sagen, eine Bewahrung gewesen, dass ich mir wirklich diese Glasscherbe, die natürlich spitz war, mit voller Wucht in den Bauch gerammt habe. Und der Papa meines Ex-Freundes, weiß ich nicht, der hat mich so an den Füßen gehalten. Und die Freundin, die wollte mich in den Armen halten, dass ich mir halt nichts antue. Aber ich war so hysterisch und ich habe geschrien und gebläert und wirklich gestrampelt, diesen Papa weggestrampelt und sie weggeboxt. Also ich wollte mich wirklich umbringen und habe geheult und ich weiß gar nicht, ob ich da überhaupt noch was anhat oder so. Keine Ahnung. Ich weiß es wirklich nicht mehr. Aber ich habe mir diese Glasscherbe in den Bauch gerammt und es ist nichts passiert. Also ich hatte eine Wunde lange Zeit, ja. Man sieht, glaube ich, vielleicht auch jetzt noch ein bisschen was. Aber für die Tiefe, wie ich mir das in den Bauch gerammt habe, war es letztlich dann nur am nächsten Tag eine ganz, nicht unbedingt fein, aber keine tiefe Wunde. Und das aber auch so einfach, nur das um so aufzuzeigen, so wie krank, gell? Wie krank. Dass man das mit dir machen kann, ne? Genau. Und was ist schon noch, also einfach nur super krank, man schnüffelt einem Öl, verbindet sich, das war so eine Holzstatue, die war so die Ursprungsding, was mich in so Sphären reingebracht hat. Wie krank. Aber du warst wie fremdgesteuert? Volle Kanne. Okay, verrückt. Mir ging es da, mir ging, genau, volle Kanne, ich war fremdgesteuert, ja. Der Vater war nicht der einzige Kontakt, den du zur esoterischen Szene hattest. Was ist da vorgefallen? Genau, also ich hatte sehr viele Kontakte, also super viele Kontakte, aber nach dieser Sektenzeit ganz intensiv mit zwei Männern vor allem, die im Bereich, wenn man es mal ganz sanft ausdrückt, der Naturheilkunde arbeiten. Also zwei Leitern von Zeremonien mit Pflanzen aus, vor allem dem Amazonas, die Heilung versprechen. Und irgendwann, ich wusste, es gibt Ayahuasca, und dann hat mir mein Freund davon erzählt, hey, da findet eine Zeremonie statt, bei uns in der Gemeinschaft. Hast du und deinen Ex-Freund, wir waren damals noch zusammen, Lust daran teilzunehmen. Irgendwas, ja, wieso nicht? Gibt es die Möglichkeit, mach mal das doch. Ich hatte mich null informiert, was das ist. Ich weiß noch, das Wochenende davor, war ich bei einem anderen Freund, habe mit dem drüber gesprochen, also Theresa, weißt du schon, was das ist? Ich so, nee. Er so, boah, das ist echt heftig. Dann haben wir so ein Buch drüber gelesen, auch wie Leute irgendwie daran fast sterben und so. Und ich war so, okay, so fast so, I don't care, so, es wird schon gut werden. Dann haben wir das gemacht, das war unser erster Kontakt dann mit Ayahuasca. Und da habe ich diesen Leiter halt kennengelernt. Und von Anfang an war bei uns so eine Beziehung von, ich fand ihn toll, weil er von allen anderen als so heil und weise und weit angesehen wurde und alle ihn so verehrt haben. Und er fand mich einfach süß und anziehend, keine Ahnung was. Mit ihm haben dann, ich habe an mehreren Zeremonien teilgenommen, wo während der Zeremonie noch immer Grenzüberschreitungen waren, wo er einfach dieses, er ist eigentlich derjenige, der diese Zeremonie leitet und für alle da sein muss und auf alle auch wirklich achten muss. Er dennoch auf mich ein besonderes Auge hatte und gerade auch in diesen Settings Situationen waren, die einfach nicht okay waren, wo er mir einfach zu nah war, auch generell in diesen Zeremonien oft Dinge stattfinden, wo sich Leute ausziehen. Er kannte sich auch nicht nur mit Ayahuasca aus, sondern auch mit anderen Pflanzen, so Microdosing, also Mikrodosierung von Pilzen. Und ich habe ihn regelmäßig dann auch in Berlin besucht, in seiner Wohnung, wo wir einfach zusammen gemeinsam nur Zeremonien hatten. Er hat sich von mir sehr angezogen gefühlt und ich war irgendwie, ich habe mich darauf eingelassen, weil er schon auch sehr viel, es gibt Tantra, wenn das was sagt, wo es viel um achtsame Berührung geht und viel Missbrauch, super viel Missbrauch entsteht. Und das habe ich das erste Mal nach der ersten Zeremonie mit ihm und einer anderen Frau erlebt. Das war schon, glaube ich, so der erste oder einer der ersten Einstiegstore. Und es gab immer wieder Situationen, wo ich ihn in Berlin besucht habe und er mich auch einmal im Allgäu in dieser Wohnung. Zu der Zeit, als er mich im Allgäu besucht hatte, hatten mein Exfreund und ich damals unsere Beziehung geöffnet gehabt, weil ich den Eindruck hatte, nach so einer Zeremonie, wir müssten in eine offene Beziehung gehen, dass die Liebe wieder fließen kann in alle Richtungen, weil Liebe, so war der Eindruck während der Zeremonien, unbegrenzt ist und frei ist und immer auf Expansion aus ist. Und ich hatte den Eindruck, wir waren jetzt sieben Jahre oder so in einer Beziehung, waren uns treu, nur wir zwei so. Und dann war so dieses Gefühl von, okay, wir müssen da durchgehen, um richtig eine freie, erfüllte, erlöste Beziehung zu führen. Mein Exfreund hat sich damals darauf eingelassen, weil er wusste, sonst würde er mich auch verlieren und sonst wäre unsere Beziehung vorbei. Und in dieser Zeit hat mich dann dieser Schamane besucht und der hatte all seine Pflanzen mit dabei und seine Trommeln und was nicht alles, super weirde Situation auch. Und dieser Mann hatte zu Beginn, wir haben viele Zeremonien gemacht und in der ersten Zeremonie hat er gesagt, Teresa hat davor meditiert und ein Bild erhalten von zwei so indischen Göttern, die gemeinsam in einer Position waren, das ist eine relativ bekannte Position, wo sie komplett ineinander verschlungen sind, also intim miteinander Geschlechtsverkehr haben und in diesem kompletten geöffnet sein der Frau und der Mann drängt in die Frau ein, in so eine Erlösung kommen und dass er diesen Zustand empfangen hat als was, was bei uns jetzt in der Zeit passieren wird. Also das war das Ziel von ihm, dass wir in dieser Zeit so enden. Und für mich war das ehrlich gesagt nur mit Ekel verbunden, weil ich fand diesen Mann nicht mehr attraktiv. Ich fand nur, was er macht attraktiv, also dass er Zeremonien hält und mir theoretisch was beibringen kann. Zum Glück ist diese Situation so nicht eingetreten, aber es sind andere Dinge halt im Wett passiert, die immer wieder mit ihm ähnlich abgelaufen sind. Er wollte was, ich wollte das nicht. Genau, und er war immer wieder so, Teresa, du spielst so heiß, also so, du ziehst mich an und dann stößt du mich doch wieder zurück und immer wieder dieses, Teresa, du spürst eine Begrenzung, ja, aber du willst doch davon frei werden, du willst doch frei werden, du willst doch frei werden, du willst doch frei werden, dann musst du da durchgehen. Und ich habe halt immer wieder Dinge gemacht, immer wieder, weil ich dachte, okay, stimmt, du willst ja frei werden. Okay, nee, mache ich doch. Und es war ekelhaft, es war einfach nur ekelhaft, ätzend, abartig, widerlich, immer noch nicht verarbeitet für mich, weil ich diesen Typ widerlich finde und es einfach insgesamt halt, und es war auch mit einem anderen Mann aus diesem Setting so dieses, hey, du willst doch geistlich wohin, hey, ich kann dich dorthin führen, hey, dafür musst du aber das und das machen, hey, und währenddessen finde ich dich super heiß und kriege da was von dir und du musst es mir doch auch geben, weil du willst ja wohin, so mit mir, Ja, das ist verständlich. Du hast ja halt gesagt, dass auch das, was du da machen sollst, wichtig ist, dass du frei wirst. Richtig, es ist die Tür dorthin. Ich will wohin und ich kann nur diese Begrenzung loswerden, wenn ich da durchgehe. Und da würdest du jetzt auch ganz klar sagen, Leute, die gerade dieses Video sehen, wenn man probiert, einen da reinzureden, halt, stopp, nein, auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Das ist das, was ich halt jetzt lernen darf oder auch durch die Therapien, dieses, hey, wir haben als Frauen den Körper und wir haben tatsächlich auch, ein Schamgefühl, was gesund ist und wo man auch nicht in Zeremonien sagen sollte, hey, mein Ziel war immer, dieses Schamgefühl loszuwerden, auch mit anderen Frauen intim werden zu können, weil ich mir dachte, boah, dann bin ich das auch los, dann bin ich da frei, obwohl ich immer Hemmungen hatte und mit einem anderen Mann, der andere Zeremonien geleitet hat, der noch älter war, der noch krasser, der mit so Froschgift Zeremonien gemacht hat, wo ich dann ihm assistieren sollte, was er auch getan habe und mit ihm dann im Amsterdam im Hotelzimmer gelandet bin und plötzlich bei ihm halt so ein richtiges, boah, ich will dich, Teresa, rauskam und das war auch so für mich so Hilfe, so hey, was ist denn jetzt bei dir los? Das hat ja gar nichts mit dem zu tun, was wir vorher irgendwie so heilig und bliblablub praktiziert haben und was schon auch so war, wir waren da in der Badewanne und plötzlich holt er das einfach ekelhaft, wirklich absolut ekelhaft und für mich auch so Hilfe und jetzt muss ich diese Nacht mit ihm im Bett verbringen und dann haben wir auch die Nacht im Bett zusammen verbracht, aber immer wieder dieses, boah, nee, eigentlich finde ich dich ekelhaft und eigentlich hast du eine ganz wilde, 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 missbräuchliche Seite in dir, die gar nichts mit Ehren und du bist heilig und wir sind heilig zu tun hat, sowas von gar nicht und ich hatte aber immer, das war auch das Problem bei dem Papa meines Exfreundes, immer diese Perspektive, die mir meine Mama beigebracht hatte, dieses versetz dich doch in die andere Person rein und ich konnte mich in diese Männer hineinversetzen, ich wusste, okay, der Vater meines Exfreundes wurde ja missbraucht, ich wusste immer, er ist eigentlich innerlich arm, ich wusste, er hat selber viele Bedürfnisse und deswegen war ich immer für ihn, dachte ich mir auch, wenn ihr alle gegen ihn seid, ich bin für ihn und das Gleiche war auch mit diesen anderen beiden Männern, wo ich mir auch immer dachte, so ja, hey, also voll falsch, gedenkt ist ja nicht, so jeder Mann muss für sich selber schauen, dass er zureich kommt, aber ich bin immer so, okay, er hat halt auch noch diese Seite, aber, mei, ich kann ihm doch trotzdem meine Liebe geben, vielleicht wird er dadurch heil, so war immer dieses, meine Liebe heilt so ein, ja, und dadurch habe ich Dinge gemacht, die mir wirklich, wirklich, wirklich krass geschadet haben, wirklich krass, und du kämpfst ja bis heute noch mit den Gedanken, mit den Erinnerungen, richtig, und halt auch körperlich, auch jetzt, ich habe Schmerzen, mein Körper ist angespannt, das ist so, ja, das ist wirklich, diese Schmerzstörung ist was, es gibt wirklich keine Heilung, außer Bewegungstherapie, und dann schläfst du nur zwei Stunden, weil du eine Schlafstörung hast, das ist auch krass, dass du das auch im Nachhinein erstmal so rausfiltern musst, woher das kam, weil dir so krass eingeredet worden ist, dass es okay ist, und dass es richtig ist, volle Kanne, aber eigentlich in dir alles ja geschrien hat, es ist nicht okay, eigentlich will ich es nicht, eigentlich finde ich es eklig, voll, voll, und du diese Grenzen, die du selber hattest, immer wieder überschreiten musstest, genau, und immer wieder überschritten hab, und das auch das Ding ist so, immer wieder, also das war auch immer wieder so dieses, Theresa, du bist doch selber schuld, du bist doch selber schuld, du hast doch selber eingewilligt, du warst doch selber eine erwachsene Frau, auch damals mit dem Eintritt ins Allgäu, oder du hast doch selber Ja dazu gesagt, und das ist wirklich was, was die Therapeuten so viel in mich wie so reinprügeln mussten, Frau Günzl, nein, sie wurden da missbraucht, sie wurden da misshandelt, sie wurden hart manipuliert, bei ihnen wurde zum Teil wirklich mit Dingen gedroht, sie sind nicht blöd und schwach oder so, sondern wirklich waren da was ausgeliefert, und das ist was, das hat mein Hirn immer noch nicht verarbeitet, weil ich mir denke, nee, Theresa, das hättest du schon checken müssen. Ich hab's noch nicht komplett aufgearbeitet, also es haben sich noch nicht alle, Puzzle zusammengefügt, aber was ich weiß, dass durch die verschiedenen Dinge, die ich gemacht habe, sowohl damals in dieser Sektenzeit, als auch danach, mich völlig verstört haben, ich konnte ab, wann war denn das, ab so Januar 2019, nicht mehr richtig sprechen, mich nicht mehr richtig bewegen, hatte eine Fressstörung, ich hab nur noch gegessen, ich hatte nur noch Angst, ich hab meine Feinmotorik verloren, ich hab gekrampft, also ich hab mit Fäusten geschlafen, meine Zehen haben sich gekrampft, meine, ich konnte nicht mehr sitzen richtig, also ich hatte einfach kein, kein Körpergefühl mehr, gar nicht, genau, und dadurch wurde ich immer kränker, 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 und ich wusste ja, hab ich ja vorhin gesagt, egal was ist, es gibt diesen Mann, und der heilt mich, stolz beiseite, ich frag ihn um eine Behandlung. Damit es dir wieder besser geht? Genau, damit es mir wieder besser geht, dass ich aus diesem tiefen Zustand von, ich spüre nichts mehr, ich fühle nichts mehr, ich kann nicht mehr reden, ich kann mich nicht mehr bewegen, ich esse und noch wieder rauskomme. Und dann hast du ihn wieder kontaktiert? Genau, dann hab ich ihn kontaktiert und gesagt, hey, mir geht's scheiße, kann ich vorbeikommen, kannst du mal schauen, was da los ist, kannst du mir vielleicht helfen, okay, Theresa, kannst kommen. Erst nur für ein Wochenende, ich hatte wirklich nur meine Tasche für ein Wochenende gepackt, und ich hab diesen Mann nicht mehr gemocht, es war nicht schön, mit ihm zusammen zu sein, von Anfang an nicht, weil er super anstrengend war, egal, ich war letztlich drei Wochen bei ihm, und alleine, in diesem großen Haus, und er hat ständig mit mir gesprochen, und auf eine Art und Weise, die, ich konnte ihn ja gar nicht verstehen, also ich konnte ja nichts mehr auffassen, und erst recht nicht von seinem Willen Zeug, er wollte mir wirklich helfen, hat er aber nicht, alles was er gesagt hat, ist hier rein und da raus, und alles was er an Heilbehandlungen durchgeführt hat, mit mir in diesem Zustand, ihr müsst euch vorstellen, ich war wie so ein Geist, ich war so da, ich hab alles über mich ergehen lassen, weil ich konnte, ich war so, okay, vielleicht hilft's ja was, ja, und dann hat eine Situation einfach stattgefunden, er hatte den Eindruck, dass ich mit gewissen Flüchen belastet bin, aus einer Zeit, wo ich mit meinem Ex in Bali war, da sind strange Dinge passiert, und er hatte dann aus der geistigen Welt verschiedene Techniken empfangen, die er selber noch nie praktiziert hat, wo er selber wusste, Theresa, das wird jetzt absolut strange werden, du musst dich austehen, ich muss in dir Dinge entstören, da war dann auch so diese Situation, wo er zu mir gesagt hat, Theresa, das darfst du niemals jemandem erzählen, weil er wusste, dass das fragwürdig ist, und er hat schon auch, das muss man ihm zugutehalten, wirklich voll, er hat mich auch gefragt, ja, also sozusagen, ich hätte auch sagen können, nein, mach das lieber nicht, aber ich war ja, also ich war in dieser Position, wo ich gesagt habe, hey, ich bring mich an, also das habe ich damals noch nicht so ausgesprochen, ihm gegenüber, aber gedacht, ich bring mich ansonsten um, mein Leben war nicht lebenswert, es ist nicht lebenswert, als junge Frau allein im Zimmer zu sein, den ganzen Tag zu essen, nur Angst zu haben, nicht mehr rauszugehen, selbst Angst vor der eigenen Schwester zu haben, vor eigenem Papa, vor jedem Gespräch mit irgendjemandem, einfach nur Panik zu haben, wirklich. Und er hat dich um Erlaubnis gebeten? Er hat schon gesagt, er hat gesagt, Herr Reza, das wird jetzt echt weird, oder ich weiß nicht mehr, was seine Worte waren, aber es wird auf jeden Fall schlimm oder keine Ahnung. Es war klar, ich muss mich nackt machen und es war klar, er muss in meine Vagina rein, mit seiner Hand, um von innen Dinge und von außen gleichzeitig zu entstören. Und das Grausame war halt, also was jetzt dann so schlimm war für mich, ich war ja schon im Zustand, in dem ich meinen Körper gar nicht mehr fühlen konnte. Also ihr müsst euch vorstellen, ich war die ganze Zeit super angespannt, super verkrampft. Ich konnte nachts im Bett zum Beispiel nicht mehr das Kissen fühlen und eigentlich kann man sich doch so schön ins Bett so reinfallen lassen und ich konnte das halt nicht, gell? Also ich konnte einfach das nicht, ich konnte einfach nicht mehr loslassen, so null. Und dann musste ich mich da halt ausziehen, hinlegen, er hat dann eh versucht, eine schöne Atmosphäre zu schaffen, Kerzen angemacht und dann hat er halt auch Kleidgel, weil ich war natürlich, ich war in der Depression, das ist auch so, da vergeht dir jede sexuelle Lust. Das war, da willst du auch niemanden an dich ranlassen, weil du fühlst dich ätzend. Und wenn du noch eine Fressstörung dazu hast, dann sowieso. Und dann der Papa deines Ex-Freundes, der auch noch ekelig in der Zeit aussah, weil er auch zugenommen hat und der hatte dann schon so gut und weiße Haare, wirklich abartig einfach. Der hat sich auch gehen lassen, leider. Weil wir so im Geistlichen, also okay, doch genau, vor allem im Geistlichen halt nur noch gelebt haben und den Körper dabei vergessen haben. Genau. Glaubst du, er wollte sich selber damit irgendwie bereichern? Nein. Nein. Du glaubst, er hat selber ganz fest daran geglaubt? Wunderbar. Das ist was, da möchte ich auch dran glauben, da glaubt auch sein Sohn dran und da glauben wir alle dran. Und das zeigt diese Geistesgestörtheit von ihm, dieses, die sagen da, er empfängt es und er ist bereit, genau, er ist bereit, es auszuführen. Und auch da wiederum die Frage, die du mir vorgestellt hast, wie weit wäre er gegangen, gell? Hätten wir jetzt wirklich Sex miteinander haben müssen, auf welche Art und Weise auch immer, wäre es auch dazu gekommen? Ich hätte es wahrscheinlich getan. Okay, krass. Also wenn, ich glaube schon, ich weiß es nicht, aber ich glaube schon, ich hätte in diesem Zustand alles gemacht. Was auch wiederum so ist, in welchem Zustand war ich, ich denn da? Ja. Genau. Und danach ging es dir aber auch nicht besser? Gar nicht. Also in dieser Situation, es war Horror, ich bin da auch wie so bewusstlos geworden, weil es super lange angedauert hat und super ekelhaft war und super schmerzhaft. Ich weiß nicht, wie tief der da in mir drin war und von außen und innen Sachen entstört und mich da halt auch an Stellen berührt hat, die einfach nicht okay waren. Es hat dir nicht geholfen und trotzdem hast du dich danach wieder auf sowas eingelassen? Also mit ihm innerhalb dieser drei Wochen habe ich mich auf alles eingelassen, wo auch noch andere Situationen waren, die Missbrauch waren, die auch alle nackt stattgefunden haben, die auch alle mit Hingabe und absolut ekelhaften Dingen zu tun hatten, die mich insgesamt super zerstört haben und super verstört und insgesamt halt auch dieses Ergebnis hatten leider, dass es mir nicht besser ging. und als es mir nach diesen drei Wochen nicht besser ging und ich wusste, ich muss ihm jetzt ganz viel Geld zahlen, also mehr als ein Viertel von der Erbschaft von meinem Opa, wo ich wusste, dass wenn das meine Eltern erfahren, dann kriegen die Krise, weil sie sagen, Theresa, das kannst du jetzt ja nicht für, also das kannst du diesem Mann noch nicht bezahlen, egal was er getan hat, kannst du ihm das nicht bezahlen. Das Endergebnis war, ich habe es ihm gezahlt, weil er darauf bestanden hatte, wirklich auf böse Art und Weise, immer wieder elend lange E-Mails geschrieben und immer wieder mir vorgehalten, sowas für ein schlimmer Mensch ich sei, wenn ich das jetzt nicht zahle und dass mich es dann auch nicht wundern muss, wenn ich halt für immer so bleibe, wie ich jetzt bin. Klasse. Und ich kann mich daran erinnern an dieses letzte Mittagessen mit dem Papa meines Ex-Freundes bei ihm auf der Terrasse, wo es mir so schlecht ging, weil ich wusste, drei Wochen sind vorbei, er hat alles ausprobiert, er konnte mir nicht helfen und scheiße, es ist super viel Geld weg und scheiße, wie geht es jetzt weiter? Ich wusste, jetzt gibt es nur noch die Klinik und davor hatte ich extrem Schiss. Du hast gemerkt, okay, die Esoterik funktioniert nicht, dir geht es immer schlechter, du konntest nicht mehr reden. Genau. Ich konnte nicht mehr reden, nicht mehr sprechen, genau, ich konnte nichts mehr machen. Ja, ich war einfach ein Frack, genau, völliges Frack. Also ich war in Gesprächstherapie eben vor allem für meine Eltern, weil die halt mitbekommen haben, okay, dir geht es nicht gut, Kind und dann war so, erst habe ich ja noch versucht, mich selber rauszuholen und dachte immer noch, ich bin auf dem richtigen Weg und mir haben auch Leute aus der Esoterik gesagt, du bist kurz vor einem Durchbruch, es ist normal, dass du deine Identität verlierst. Da gibt es so den Begriff von der schwarzen Nacht der Seele, die wirklich eine absolute Lüge ist. Es gibt so einen Lichtkörperprozess, egal, also es gibt Dinge, die mir dann gesagt worden sind, die auf diesen Zustand, den ich hatte, zugetroffen hätten. In der Welt konnte mir den Zustand keiner erläutern, die waren alle lost, haben es nicht verstehen konnten, selbst Psychiater und Ärzte nicht, die waren alle so, okay, ich habe mich wirklich mein Gehirn, so ein MRT machen lassen, weil ich dachte, vielleicht habe ich einen Gehirntumor oder so, es war einfach nicht erklärbar, diese Symptome, aber in der Esoterik hatten sie noch Erklärungen dafür, also habe ich mich immer noch da festgeklammert und bin dann so parallel gefahren. Esoterik all in irgendwie versucht, plus Gesprächstherapie angefangen, aber ohne Aussicht, weil nicht sprechen können, war mir klar, es kann nicht helfen. Du hast selber probiert, eine Therapie anzufangen. Genau. Hast irgendwie noch ein bisschen andere Esoterik festgehalten. Hab noch ziemlich stark, klar, es war meine Identität. Aber die Therapie hat dir dann nahegelegt, dass du in sehr toxischen Kreisen bist? Nee, 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 gar nicht. Ich hatte ja kein Bewusstsein darüber, also ich war in der Therapie, müsst ihr euch so vorstellen, bei einer, also erst bei einem Mann, der auch einfach völlig den Schatten hatte und Dinge gesagt hat, die schlimm waren, der mir Vorwürfe gemacht hat, dass ich so viel esse und nicht mehr arbeiten kann und so und ja, und das war ja nicht selbst gewählt. Also das war so, boah, krass. Zum Glück habe ich dann eine andere Therapeutin gefunden und das war schlimm, gell, auch dieser Zustand der Therapeutensuche, wenn du nicht mehr richtig sprechen kannst und alles waren Horrorstunden und Ding, genau, dorthin zu fahren. Ich hatte so Angst, dass mich irgendjemand in der Bahn sieht und so. und ich habe Medikamenten nicht vertraut und selbst wenn ich Gesprächstherapie hatte, hatte ich eben ja keine Hoffnung, weil ich nicht richtig reden konnte und aus meinem Studium wusste, wenn du dich heil, wenn du heil werden willst durch Gesprächstherapie, musst du an die Punkte kommen, wo irgendwas schief gelaufen ist und wenn du nicht mal richtig sagen kannst, wie es dir aktuell geht, dann, ich wusste, es ist ohne Aussicht. Was ist passiert, dass du dich von der Esoterik abgewandt hast? Das erste Mal, als es so war, hey, Theresa, vielleicht passt was mit dieser Welt nicht, war, als mir eine Frau sagte, Theresa, das, was du machst, ist nicht gut. Die du kanntest oder nicht? Die ich nicht kannte, die ich über eine Freundin vermittelt bekommen habe, dass wir mal reden sollten, als es mir sehr schlecht ging. Genau, also mir hat dann diese Frau gesagt, Theresa, it's wrong, was du machst, ist falsch. Ihr ging es genauso, sie war auch in der Esoterik gefangen, hatte eine Depression, eine Essstörung und ihr ist dann Jesus begegnet und sie wurde heil und das war für mich sehr weird. Erstens konnte ich in diesem Zustand kaum zuhören und habe mir einfach so Notizen gemacht, weil ich wusste, es ist schon irgendwie wichtig, aber ja, genau, ich konnte wenig damit anfangen, weil die Dinge, die ich praktiziert habe, erst mal nicht schlecht geklungen haben. Andere Leute waren super dankbar, wenn ich ihnen Karten gelegt habe und sie dadurch Botschaften erhalten haben, die sehr treffend waren und dieses war so, ja okay, was ist denn falsch, jetzt an Steinen, die schön aussehen, so ein bisschen, genau. Und in dieser Verzweiflung, wie auch immer, wie alles zusammengespielt, hatte ich dann ein zweites Gespräch mit dieser jungen Dame über Jesus und dann war mir bewusst, okay, jetzt probiere ich auch noch das, weil ich probiere es einfach. Ging es dir da dann schon anders? Noch nicht. Also ja, ja, nee, noch nicht. Du hattest die Therapie angefangen, aber die hat dir auch nicht wirklich geholfen. Nee. Und hast dich parallel immer mehr so fürs Christentum interessiert. Nein, eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Es war irgendwas in mir, es war eigentlich kein richtiges Interesse an. Es war genauso wie bei allen anderen Dingen noch Interesse da. Und mir musste es dann nochmal schlechter, 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 schlechter gehen. Bevor ich dann die Entscheidung getroffen habe, jetzt begebe ich mich wirklich in Hände. habe Gespräche geführt mit Christen in München, wo ich damals in der Nähe gelebt habe, die dann mir wirklich ganz klar gesagt haben, Teresa, das ist so falsch, du musst es zurücklassen. Dann war auch irgendwann klar, ich lasse es zurück, ich lasse mich taufen. Du lässt die Esoterik zurück. Genau, ich lese die Esoterik zurück. Genau, ich habe alles an der Esoterik, also alles weggeschmissen, verbrannt, hatte Christen, die dann für mich gebetet haben, musste dennoch, auch nach meiner Taufe, es hat sich erstmal gar nichts verändert. Ich war immer noch in diesem apathischen, abgeschiedenen Geister. Wann hat sich das verändert? Genau, ich musste dann in eine Klinik, habe mich einweisen lassen für drei Monate stationär mit Depressions, Depressions. Auf eigenen Wunsch? Ja, klar, auf eigenen Wunsch. Genau, also in der Klinik war ich in meinem Zimmer, hatte da ein Einzelzimmer zu dem Zeitpunkt, war auf dem Weg ins Bett und hatte eine Live-Übertragung aus dem Gebetshaus Augsburg an, die 24-7-Lobpreis machen, also Anbetung für Gott machen. Und ich wollte eigentlich nur schlafen, lag in meinem Bett. Ich hatte währenddessen witzigerweise angefangen, die Schöpfungsgeschichte zu lesen. Und dann hat plötzlich irgendwas angefangen, in mein Herz zu kommen. Also es war plötzlich in meinem Herzen was spürbar, was ja seit Monaten nicht mehr der Fall war. Seit Monaten war mein Herz tot, wirklich tot. Ich konnte nicht weinen, nicht lachen, ich war nicht lebendig, es war tot. Und dann kam irgendwas in mein Herz und es hat sich erst mal so gut angefühlt, im Herz berührt zu werden. Das war so, boah. Und war wie in so einem, ich weiß nicht, ob man es Trauszustand nennt oder nicht, weil ich voll da war und wach war und bei vollem Bewusstsein war und gleichzeitig gemerkt habe, wie so ein Lichtkanal, der einfach nur wusch, 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 also wo ganz viel in mir wie so reingepresst wird. Aber auf eine, also was heißt, ich habe auch gekotzt und gerülpst und keine Ahnung, mich bewegt und da ging wohl auch irgendwas raus aus mir so. Aber es kam extrem viel in mich rein mit dem Ergebnis, dass ich einerseits wusste, okay, Jesus, dich gibt es wirklich, weil es war nicht leugnen, also es war einfach so klar, es ist Jesus. Wodurch hast du das festgestellt oder wie hat sich das angefühlt, dass du plötzlich diese Gewissheit hattest? Genau, also das war kein, das war kein intellektuelles Erkennen, so ja, steht in der Bibel und deswegen ist es geschrieben und so. Nee, gar nicht, sondern es war einfach so wie wenn dir jetzt ein blauer Elefant gegenübersteht, wo du sagst, hallo Elefant, so ungefähr nur, dass es halt nicht nur ein blauer, also blauer Elefant war, sondern halt ein Jesus, Christus, wo einfach ein absolutes, nicht nur Wissen, sondern Sehen, Erleben, Spüren, alles gleichzeitig. War das anders wie deine Überzeugungen, die du da vorhattest? Von anderen Dingen? Von der Esoterik? Weil du ja auch dort an vielerlei Stelle alles ja überzeugt warst. Ja, ja, doch, nee, das stimmt, es gab auch Erfahrungen mit Ayahuasca zum Beispiel, in denen ich komplett in Liebe eingehüllt war, die auch real war, ja. Und warum würdest du jetzt sagen, ist da der Unterschied? Also diese Begegnung mit Jesus war definitiv krass, weil wirklich halt nicht nur diese Frage, Jesus, bist du da, beantwortet war, sondern für mich auch endlich dieses Gefühl und ich glaube, danach sehnt sich jeder so klar, kein klar, Theresa, du bist angekommen, weil du hast jetzt Jesus gesehen, sondern einfach, du bist angekommen. Und dieses Gefühl, ich spreche es gerade nur so aus, aber dieses Gefühl, wirklich diese Gewissheit, ich bin angekommen und das so tief wie so ins Herz oder so ins Innerste reingelegt zu bekommen, das war einfach, ich wusste wieder, ich habe eine Zukunft, ich wusste wieder, ich habe Hoffnung, ich wusste so, ich wusste dann wirklich, jetzt kann ich leben, jetzt kann ich die Dinge anpacken, ich wusste klar, es liegt ein Weg vor mir, weil ich habe ja meine Vergangenheit nicht aufgearbeitet, das war erst der Anfang, da war noch nicht klar, dass ich traumatisiert bin, all diese Dinge kamen dann erst mit der Zeit, aber das war alles, was Jesus dann hochgeholt hat, auch die Therapie, die Therapeuten, die waren begeistert, nicht, ich habe denen nichts von Jesus in dem Moment erzählt, aber wie die Therapie sich danach verändert hat und wie da Dinge aufgedeckt worden sind und endlich Sachen ins richtige Licht reingezogen werden konnten, war wirklich für alle nicht begreifbar und für mich war es aber halt viel mehr, es war dann nicht nur die Therapie, die irgendwie anschlagen konnte und mich irgendwie für die nächsten Schritte dann so vorbereitet hat, sondern es war einfach so, hey, ich habe Jesus. Hast du die Hoffnung, dass mal wieder alles wird wie früher? Um ehrlich zu sein, das ist hart, gell. Es ist gerade noch super schwer, weil gerade mein Leben noch nicht so aussieht wie früher, bei weitem nicht und nee, also ja, also. Und jetzt ist es super schwer, alles wieder zurückzudrücken? Voll und auch wie du sagst, mein Ruf, ich habe damals schon öffentlich geteilt, weil ich dachte, ich helfe den Leuten, wenn ich ihnen von Engeln erzähle, jetzt nehmen mich die Leute nicht mehr ernst, viele nicht mehr, wieso auch? Und das ist natürlich als Mensch extrem, also keine Ahnung, man möchte ja eigentlich schon ernst genommen werden, so, aber ja, ich kann es voll verstehen, dass man es nicht tut. Ja. Ich glaube, Leute, also wenn Menschen und auch wie in meinem Fall, wenn einem was Schlimmes wieder fährt, dann hört man ganz oft diesen Satz, ja, für irgendwas wird es gut sein und irgendwann, das habe ich seit Jahren, höre ich das, irgendwann, Teresa, kannst du da mit anderen helfen? Und wenn man so in der Scheiße drinsteigt, dann sieht man das einfach nicht mehr. Aber jetzt langsam bin ich, oder bin ich aus dieser Scheiße raus, so langsam, ganz langsam, auch sehr schnell und trotzdem langsam, ich bin nicht so geduldig, kommt es wohl wirklich dazu, dass ich eben meine Geschichte erzählen darf, erzählen kann auch und tatsächlich vielleicht anderen Menschen damit geholfen werden kann, was für mich noch gar nicht greifbar ist, dass es wirklich jetzt schon so weit ist, weil dieser Weg sich unendlich lange angefühlt hat in diesem Leid. Was ich so cool fand, was du gleich gestern zu uns gesagt hast, du hast gesagt, was ich jetzt brauche, sind gesunde Menschen an meiner Seite, die mit mir zusammen einfach die nächsten Schritte gehen. Ja. Oder gibt es etwas, was du den Zuschauern noch gerne sagen möchtest? Also erst mal ist es, finde ich, schön tatsächlich, wenn man eine Sehnsucht nach mehr hat. Das ist, glaube ich, wirklich eine, auch so wie eine Gabe, gell? Andere Leute sind da einfach völlig weg von denen, hey, es gibt eigentlich mehr, die sind nur in der Welt und deswegen, selbst wenn du in der Esoterik am Suchen bist, das heißt, du bist ja auf der Suche nach etwas, wofür du angelegt bist, zu suchen. Du hast einfach jemanden, der dich erdacht hat und der gerne mehr in deinem Leben wäre, der einfach sich danach sehnt, dass du mit ihm in Beziehung gehst. Wieso jeder leibliche Daddy sich auch sehen würde, wenn die Tochter wegläuft, dass die endlich wieder zurückkommt und sagst, hey Papa, lass uns doch mal irgendwie zusammen Eis essen oder so. Das wäre für einen Vater auch voll schön und umso höher ist natürlich die Sehnsucht von unserem Vater im Himmel, dass er einfach sich so sehr nach Gemeinschaft mit Hagenau dir seht, mit Hagenau dir. Also ohne dir fehlt was im Himmel, gell? Vielen Dank, Teresa, für deine Offenheit. Das ist echt unfassbar. Ich finde es vor allen Dingen richtig stark, dass du jetzt so dich von Therapie zu Therapie kämpfst und auf so einem schönen Weg bist. Auch euch vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es gab einige, die daraus wirklich was ziehen konnten und genauso ermutigt worden sind wie ich. Dieser Kanal wird übrigens durch Spenden finanziert. Das heißt, wenn du dazu beisteuern möchtest, dass der Kanal noch weiterhin funktioniert und läuft und wir weiterhin Geschichten wie von Teresa erzählen können, dann währst du doch Teil davon und unterstützt uns monatlich einfach mit deinen Finanzen. Das ist wirklich ein Riesensegen, der für so viele daraus entstehen kann. Andererseits haben wir auch einen Shop und die Produkte, die wir dort verkaufen, sind lediglich dazu gedacht, um diesen Kanal zu finanzieren. Das heißt, schau doch mal vorbei, vielleicht ist was dabei. Ich hau mich jetzt selber in meinen Hoodie, in meinen Lifeline-Hoodie, die sind super bequem und dann geht's ins Bett. Super. Gute Nacht. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.